Mit Hamburg persönlich das Lustigste ist, dass mein allererstes WTA-Turnier überhaupt, als ich 15 Jahre alt war, war in Hamburg, damals am Roten Baum. Da hatte ich eine Wildcard für die Quali und meine Eltern waren dabei, haben aber allerdings die ersten zwei Sätze verpasst, weil das Auto meines Vaters abgeschleppt wurde, weil er ein Parkverbot geparkt hatte. Und das verbindet mich mit Hamburg hauptsächlich. Und ich habe tatsächlich ganz viele Freunde in Hamburg, ich weiß nicht warum, aber ganz viele Darmstädter ziehen nach Hamburg, wenn sie einmal mit einem Studium und Schule fertig sind. Deswegen glaube ich, dass da eine, wenn ich noch als Spielerin aufschlage, eine große Fanbase auf mich warten wird, wenn es hoffentlich dann irgendwann wieder mit Publikum geht. Das werden wir dann sehen. Aber ja, ich glaube, das sind zwei große Andockungspunkte. Sandra und Hamburg hört sich für mich wie eine perfekte Verbindung an, deswegen freue ich mich O отд in bis jetzt. Hamburg European Open. Hamburg European Open. Hamburg EU Open. Hamburg Fans selbst Fertig Untertitelung des ZDF, 2020